Der Marienkäfer Direkt nach der Überwinterung beginnen die Marienkäfer mit der Paarung. Das Männchen klettert dafür auf das Weibchen. Im Frühling legt das Weibchen 20 bis 50 Eier auf einem Blatt ab. Innerhalb von 5 bis 8 Tagen entwickelt sich die Larve. Die Larve frisst viel und wächst und wächst und wächst. Die Larve häutet sich viermal. Nach 30 bis 60 Tagen ist die Larve satt und häutet sich ein letztes Mal. Sie verpuppt sich. Nach 6 bis 9 Tagen schlüpft ein fertiger Marienkäfer. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017